Ah! 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 Jetzt, jetzt machen! Ah! Jetzt machen, los, Waldkauz! Ah! 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 Gut, Schluss! Nee! Jetzt musst du noch einen Abfluss machen, Schneide! Mach das gar nicht, denn du hast dir nichts zu bestimmen! Komm, dreht ab! Du willst einfach nicht, ja, B3! Und außerdem, wer will dich auf dem Bild haben? Auch hier! Die Bilder! Wir haben schon Bilder drauf! Ist alles schön drauf! Außer der Müller ist nicht drauf! Müller! Malen wir einmal! Abfluss! Kannst du noch einen Abfluss machen? Das kannst du gar nicht machen, so wie damals! Dann Abfluss! Ah! Das heißt, noch mal gelaufen ist! Dann muss er schon wieder üben! Pst! Ah, nicht! Abfluss war gut hier! Ich bin nicht bereit für die Weihnachtszeit! Wie das Geräusch war! Ah, schön! Komm, 10 Sekunden Bier! Was war das hier? Ach, machen wir nur! Wir wollen jetzt ein 10 Sekunden Bier sehen, sonst knallt's! Ich salve in 10 Sekunden Bier! 10 Sekunden Bier! EIN! Ich würde jetzt mit dir ein Bier drücken machen! Aber ich muss ja fragen! Du verlierst ja doch wieder! Ja, meinst du, du schaffst aber nicht! Ja, ich schaffst ja nicht! Ja, ich schaffst ja nicht! Ah, drei Jahre! Du bist ja wieder! Aber jetzt hier ist es ja billiger! Du schaffst ja nicht mehr! Oh, Schmerz! Ich bin nicht mehr da, ja! Ich schaffst! Mach einmal noch hier! Jörgen! Wir haben jetzt verloren mit einem Bier! Das ist über 20 Sekunden! Wie ging das immer? Mach mal hier! Ja! Schneller! Wuuu! 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 Da ist rein für den Klöpste! Da ist es nicht mehr normal! Ach, Karl!